Im wohl heutigen Video, Freunde, werde ich euch den besten und einfachsten XP-Glitch zeigen, den es aktuell in der Season 2 in Chapter 3 gibt. Falls du heute neu bist und du kein einziges Video mehr verpassen willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und aktiviere Glocke, denn ich lade für euch jeden Tag die neuesten Glitches hoch, also aktiviere Glocke, um kein einziges Mal zu verpassen. Für den heutigen XP-Glitch, Freunde, müsst ihr einmal genau diesen Instacode hier benutzen, 163339294653V56. Dann ganz normal, Freunde, auf Spielen und ganz normal auf privates Match und einfach starten, Freunde. So, Freunde, zuerst mal hier ganz normales Spiel starten, Freunde, lasst das Game einfach starten, auf entspannt. Jetzt, Freunde, wenn das Spiel kommt, das startet, könnt ihr hier gerne den Supporter-Glitch-Code der Timo eintragen, um mehr XP zu bekommen. Einfach eintragen, Freunde, jetzt bekommt ihr auch mehr XP auf entspannt. So, Leute, wenn das Game ist, hier kommt, das startet, müsst ihr genau einmal rechts reingehen, das ist ganz wichtig, Leute. Jetzt, Freunde, ganz wichtig, geht ihr genau hier auf diese Seite hier, Freunde, und dort müsst ihr einmal eine Cone blazen. Das ist ganz wichtig, Freunde, ohne Cone geht das Ganze nämlich gar nicht. Einmal in die Pyramide, Leute, jetzt vorsichtig hochgehen und Willchock vorsichtig runter sneaken, auf entspannt. Jetzt, Freunde, müsst ihr einmal so ein Fisheye suchen, das ist genau, müsst ihr kurz suchen, das ist genau hier, Leute. Ihr braucht einmal dieses Fisheye, diesen Fischkopf, wie auch immer. Dort, Freunde, einmal auf Interagieren klicken und jetzt, Leute, bekommt ihr auch schon AFK Unendlich XP. Abonniert mich gerne für mehr Content, aktiviert die Glocke, Leute, schaut bei TikTok, bei Instagram vorbei. Und ich würde sagen, Freunde, das war es mit dem heutigen XP-Glitch-Video, bis zum nächsten Mal. By the way, wenn das Ganze nicht mehr geht, Freunde, einfach die Map kurz neu starten, dann geht das Ganze auch wieder AFK Unendlich. Danke fürs Zuschauen, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.